Mein Name ist Richard Schmidt, bin 24 Jahre alt, studiere Wirtschaftsingenieurswesen an der TU Dortmund, will meinen Bachelor Anfang 2013 machen, will danach auch meinen Masterstudiengang fortsetzen und zwischendrin dann vielleicht noch ins Ausland, um noch Erfahrungen zu sammeln. Mein Studium macht mir bisher sehr viel Spaß und es ist, glaube ich, genau das, was ich später machen will.